Menschen, die eine Verschwörungstheorie verbreiten, unterstellen damit meist einer Gruppe, mächtigen Politikern, reichen Firmenbossen oder auch schon mal Außerirdischen, dass sie im Geheimen etwas Schlechtes im Schilde führen. Angeblich würden diese etwas planen, das ihnen einen Vorteil verschafft und allen anderen Menschen schadet. Wer eine Verschwörungstheorie verbreiten möchte, versucht sie zu beweisen, indem er ein paar Fakten sammelt, die in sein Bild passen, und sie mit ausgedachten Informationen mischt. Einen echten Beweis für die Verschwörungstheorie gibt es nicht. Viel davon ist absichtlich gelogen oder ausgedacht. Natürlich darf jeder Mensch seine Meinung frei äußern. Mit Verschwörungstheorien versuchen einige aber ganz bewusst, andere Menschen und Gruppen schlecht zu machen. Und viele dieser Verschwörungstheorien klingen erstmal auch ganz logisch und nachvollziehbar. Vielen Dank. Vielen Dank.